Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. So, wir sind ja an Bord einer Station in Antigone Memorial. Wir schauen mal in unser Schiff rein. Was haben wir da für eine Fracht geladen? Wir haben Arknufleisch. Und was ist das hier für eine Station? Eine, äh, ich sehe, äh, das ist eine Handelsstation, genau. Hier werden wir also nichts los. Wir können mal schauen, hier unseren Laderaum zu erweitern. Wäre ganz schön teuer, denke ich mal. Ja, genau, deswegen docken wir ab. Also, und das Arknufleisch werden wir hoffentlich bald los. Denn, äh, naja, es ist doch ganz schön anstrengend hier, Arknufleisch rumzufliegen. Da kriegt man ja nicht so viel für. Wir fliegen Richtung Westen, drehen uns mal anders rum. Äh, Westen, da oben ist das Tor. Man sieht es ja so einigermaßen hinter einem Asteroiden. Und so, wir schwenken hier mal ein bisschen rüber. Und dann werden wir mal schauen, dass wir noch ein paar Credits machen. Ein bisschen Geld verdienen. Kann nicht schaden, bevor wir uns irgendwann mal wieder auf die Reise machen, um der Mission hier, naja, ein bisschen, oder nicht der Mission, sondern der Story ein bisschen zu entsprechen. Und hier die Aufgaben zu erfüllen, die uns hier Ben Denner dann noch auftragen wird. Oder der Lauf der Geschichte. Die uns der Lauf der Geschichte hier noch auftragen wird. Die Aufgaben. So, wir fliegen dann also mal ins Tor. Antigone Memorial ist ja leider so ein Ecksektor. Sprich, aus einer Richtung kommt man und man kann nur in eine andere Richtung fliegen. Und wenn man die auch schon... Wenn man die auch schon erkundet hat, die andere Richtung, ist es ein bisschen doof, so wie jetzt in dem Fall hier. So, wir fliegen weiter Richtung Westen. Wir haben keine Satelliten mehr an Bord. Ist das richtig? Genau. Ja, da hinten ist das West-Tor. Da fliegen wir hin. Also einmal quer durch den Sektor durch. Man sieht hier eine ganze Menge an Asteroiden. Und weil man sieht ganz komischen roten Planeten. Ich denke mal, das ist alles Lava. Das ist ein Flüssigplanet sozusagen. Also der ist vermutlich noch aktiv. Also der ist... Nein, was heißt aktiv? Der ist noch nicht abgekühlt. Der ist noch heiß. Ganz komisch ist, dass man da irgendwie Wolken drauf sehen kann. Oder es sind Kontinente oder ähnliche Platten. Und darunter bewegt sich ein schneller Ozean aus flüssigem Gestein. Na ja, komisch auf jeden Fall. So, und rein geht's ins Tor. Wir fliegen seitlich rein. Wir werden reingezogen in das Tor. Jetzt müsste ein neuer Sektor kommen, den wir noch nicht kennen. Drei Welten? Erreiche System. Drei Welten. Ja, genau. Drei Welten. Sehr gut. Naja, drei Welten. Ja. Kennen wir ja. So, dann schauen wir mal, was es hier für Stationen gibt. Und ich sehe da unten rechts eine. Ich sehe vor allem sehr viele Asteroiden. Das wird hier ganz schön fies werden. Der Huna-Presse M-Alpha. Arcto-Fleisch wollen die nicht haben. Schade. Also die zahlen zumindest nicht genug dafür. Wow, wow, wow. Schnell weg. Wow. Das war mal knapp. So. Okay, und weiter geht's. Vielleicht kommt da hier noch ein. Achso, hier gibt es ganz schön viele Agrarzentren, muss ich mal sagen. Also nicht nur jetzt hier in diesem Sektor, sondern generell in den agronen Sektoren. Hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht erst Arcto-Fleisch gekauft. Aber man kann es ja schlecht vorher wissen. Wenn man sich nicht gründlich vorher informieren möchte und sich den Spielspaß hier unbedingt selbst vermiesen möchte. Also da ist das Nordtor und da kommt dann vermutlich auch keine weitere Station. Moment, aber es muss hier doch noch ein Südtor geben. Genau. Fliegen wir mal Richtung Süden. Wir fliegen erstmal in die Richtung. Vielleicht kommt da noch eine Station, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Und dann fliegen wir Richtung Südtor. Ist das hier ein Zundenkraftwerk gewesen? Nein, ich glaube nicht. Das war ein Agrarzentrum. Okay, also Richtung Südtor. Das ist Osttor. Nordtor ist rechts von uns. Das heißt, das Tor da hinten wird das Südtor sein. Genau. Mit Vollgas drauf zu. Möglichst nicht in einen Asteroiden reinfliegen. Das wäre mir ganz recht. Okay. Ja, sieht eigentlich sauber aus, die Strecke. Also mal Gas geben. Ich denke mal, auch bei der Handelsstation wird es hier keinen Käufer geben für Agno-Fleisch. Wie ich mir schon gedacht habe. Naja. Dann vielleicht im Süden. Haben wir den Sektor südlich von uns schon erkundet. Wolkenbasis Nordwest. Ja, da gibt es auch keinen Abnehmer. Da gibt es keinen Abnehmer. Ja, gut. Naja. Hier haben wir keinen Satelliten stehen. Argon Prime. Ja. Na gut. Egal. Wir fliegen Richtung Süden und damit ist gut. Ja, also bei den Kommentaren, da gab es unter anderem die... Ja, also neben den ganzen Hinweisen zu idealen Kaufs- und Verkaufsorten, den Hinweis, dass ich doch mehr Tassenkürzel benutzen sollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, die alle auswendig zu... mit denen alle auswendig zu merken. Die ganzen Kürzel und ich werde es mir noch nicht aufschreiben. Ich mache es einfach so wie bisher. Reichesystem. Wolkenbasis Nordwest. So, und ich sehe jetzt auch keinen Grund darin, Tassenkürzel zu benutzen. Das ist für mich jetzt... Naja. Bringen mir jetzt eigentlich nicht viel. Wir haben ja hier Zeit im Spiel. Es dauert eh alles ewig lange. Und es gibt ja keinen Grund. So, und wir fliegen... Fliegen wir denn mal hin? Herr und das Nebel wäre eine Idee, aber wir können auch hier hinfliegen. Und dann weiter Richtung Süden. Ah, Heimat des Lichts hat viele Kahuna-Pressen. Aber wir fliegen mal einfach Richtung Süden. Sind schon auf dem Weg Richtung Süden. Fliegen wir weiter nach Süden. Auf der Straße nach Süden, sozusagen. Weitere Ranches sehen wir hier. Nochmal drei Stück. Ja. Da war der... War die Entscheidung, zum Arglow-Fleisch zu greifen, wirklich keine gute. Fleisch gibt es hier noch und nöcher. Naja. Kann man nicht... Kann nicht alles vorher wissen. Okay, und weiter geht's. Ich finde wirklich interessant, dass überall Asteroiden hier... Also, die überall Asteroiden auftauchen, die auch nicht auf der Karte verzeichnet sind. Das ist ganz schön fies. Da... Naja. Kann das schon mal passieren? Wow! Wow, 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 wow. Habt ihr das gerade gesehen? Also... Wow. Das war ja mal mehr als knapp. Da ist uns gerade fast ein Merkur reingerauscht. Das war ja wirklich haarscharf. Oh man, da haben wir echt Glück gehabt. Ich wollte sagen, dass es... Ja, diese Asteroiden, die hier rechts von uns gerade sind... Ähm... Die sind ja nicht auf der Karte verzeichnet. Das ist fies. Da denkt man, man fliegt einfach mal nach Karte... ...und sieht dabei die Asteroiden nicht. So... Ja, da fliegen wir mal hin. Zu der... Alles klar. Gut, also auf zur Kahuna-Presse L-Alpha. Da verkaufen wir dann für mehr als den doppelten Preis unser A-Kno-Fleisch. Vielleicht wird der Preis dann noch ein bisschen besser, wenn er schlechter wird. Das ist nicht so schön. Aber hier ist auf jeden Fall eine Menge los. Oh, seht mal, die scheinen alle von Ost nach West oder von Nordost nach Süd-West zu fliegen. Alle die gleiche Richtung. Alle den gleichen Kurs. Hier sind diese kleinen Schiffe. Aber das sind ja alles kleine... Naja, Transportschiffe. Taxidienst hier. Ja. Das ist keine Frachter. So, und die Station ist schon in... ...der Nähe, in greifbarer Nähe. Gourmet-Express-Express-Frachter. Ah ja. Kann er sich ja hier unser... Ah, A-Kno-Fleisch abkaufen. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Jo. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ähm... Ja. Verkaufen wir alles. A-Kno-Fleisch verkauft. Okay. 154.000 haben wir jetzt. Jo. Kahuna-Fleischblöcke. Schauen wir mal eben ganz kurz, was die Station hier, die Handelsstation bietet. 72. Naja, nee. Können wir das vergessen. Okay, dann docken wir wieder ab. Und... Jo. Schauen wir mal auf den Galaxieplan. Aber ein Prime ist hier. Ähm... Da gibt's Chipwerk. Naja. Kristallfabrik. Heimat des Lichts. Kristallfabrik. Eine Siliziummine gibt's da. Hier gibt's ganz schön wenig Energie. Also Sonnenkraftwerke. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Also nicht so gut wie gar keins. Gibt's hier irgendwo ein Sonnenkraftwerk? Hm. Das wäre mal eine Idee. Hier oben gibt's zwei. Da auch nochmal zwei. Na, da hat sich ja einiges geändert. So, also Moment. Nochmal eine Karte auf. Und wir fliegen... Ja, fliegen wir Richtung... Ja, wo fliegen wir hin? Richtung, Richtung, Richtung. Richtung... Wir fliegen Richtung Osten. Ja, wir fliegen Richtung Osten. Richtung Argon Prime. So. Das Tor muss ja irgendwo hier in der Nähe sein. Da oben ist es. Genau. Fliegen wir da mal hin. Und schauen wir mal, dass wir vielleicht wieder, was heißt wieder, dass wir hier mal Silizium kaufen, wäre eine Idee. Da sind ja die Gewinnspannen recht groß. Ja, wenn wir Glück haben, finden wir irgendwo eine Mine mit einer Menge an Silizium oder noch günstigem Silizium. Jetzt hoffen wir es. Ansonsten sind ja diese Kernsektoren eher weniger gut dafür bekannt, dass man da Schnäppchen machen kann. Aber schauen wir mal. Manchmal dauert der Übergang von einem Sektor in den anderen ein bisschen länger. So. Okay. Ja, wir bräuchten jetzt unbedingt sowas wie einen Schnäppchenfinder. So. Kristallfabrik. Wenig Kristalle heißt hoher Preis. So viel wissen wir ja inzwischen. So. Moment. Sprungantrieb. Das können wir nicht laden, weil wir keine Energiezellen haben. Ausrüstungsdok. Chipwerk. Erweiterte Satellitenfertigung. Ja. Nicht gerade günstig. Quantumröhrenfabrik. Wenig Quantumröhren. Gleich hoher Preis. Linie der Energie. Fliegen wir da mal hin. Da können wir Energiezellen kaufen. Aber wollen wir das? Sind die Energie... Ja, hier gibt es drei Kraftwerke. 17 Credits. 17 Credits. 13 Credits. Aber da wird wahrscheinlich bald jemand hinfliegen. Auf jeden Fall könnten wir Energiezellen gebrauchen. Fliegen wir mal Richtung Osten. Und genau. Ja, wir kaufen uns da Energiezellen und dann können wir ja den Sprungantrieb benutzen. Gut auch geschrieben, dass ich den Sprungantrieb ja gar nicht benutze. Aber naja, wenn man keine Energiezellen hat, geht es ja auch schlecht. Also besorgen wir uns mal welche. Damit wir das umsetzen können. Können wir mal die Karte hier offen halten. Vielleicht taucht ja noch was auf, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, Argon Primer war recht gut erkundet. So, da ist wieder ein Schiff in der Nähe. Ja, dass die immer so dicht an uns ranfliegen müssen. Ja, wirklich ganz dicht. Und das Tor ist Reichweite und rein da. Der Mond war ganz schön nah an dem Planeten. Also der Mond im Sektor Argon Prime nah an dem Planeten. Jo, und hier kosten die Energiezellen jetzt 19, hier 16 und hier auch 16. War ja klar. Hätte ja auch mal gut sein können. Ja gut, dann kaufen wir da nicht viel. Also oder zumindest nur ein paar für unseren Eigenbedarf. Zum Handeln brauchen wir jetzt hier nichts einkaufen. Also 16 Credits ist eine Menge. Da macht man keinen Gewinn mit. Aber interessant sind die Sonnenkraftwerke hier gestaltet. Photovoltaikanlagen. Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, hier hätte jemand gerne was transportiert. Chips transportiert. 639 Einheiten Chips von der Station Sonnenkraftwerke, äh, Alpha zur Station Rheinwerk M-Beta. In Heroins Nebel. Ne, nehmen wir nicht an. Erstmal geht es da um zu wenig Geld. Zweitens ist es auch noch im übernächsten Sektor. Da machen wir nicht mit. Energiezellen. Na, sehr schön. Dann kaufen wir mal. Energiezellen gekauft. Oh Mann, jetzt habe ich wirklich das Schiff vollgepackt. Hatte ich doch gar nicht vor. Ah, naja gut. Jetzt ist es passiert. Aber 15 ist ja auch jetzt nicht der schlechteste Preis. Fliegen wir mal Richtung Süden. Äh, da. Da hinten ist das Südtor. Ja, die wirbt man für 15 Credits, wirbt man die noch los. Aber der Gewinn ist eben nicht so groß, den man da machen könnte. Hoffen wir mal, dass wir zwischendurch keinen guten Auftrag finden. Der mich dann, naja, in meinen Tisch beißen lässt. Weil wir dann wieder keinen Platz im Laderaum haben werden. Weil alles voll mit Energiezellen ist, die man dann vor Ort gerade nicht los wird, weil die einem zu wenig bieten oder zu wenig Energiezellen abnehmen wollen. Naja, man kennt das ja. Mit den Aufträgen. Immer dann, wenn man gerade keinen Platz hat, kommen die besten Aufträge rein. Und wenn man dann Platz geschaffen hat, dann sind die Aufträge wieder weg. So, rein ins Tor. Oh, wir sind in Trantor. Wir sind in Trantor. Fliegen wir mal zum Südtor. Ja, gruselig. Wir wissen ja, was hier passiert ist. Es sind noch einige Stationsskelette zu erkennen. Im Hintergrund überall noch so Ruinen. Oder Wracks, muss man ja sagen. Ruinen kann man ja schlecht sagen. Bei Weltraumstationen. Und ein riesiger Asteroid da hinter dem Tor. Naja. Müsste man mal scannen. Wäre ja eine gute Lage für eine Station. Könnte man sicherlich. Naja, wenn die eine gute Ausbeute geben würde. Der ist ein schöner Standort. Erreiche System. Wolkenbasis Südost. Wolkenbasis Südost. Okay. Fliegen wir mal rein in den Sektor. Und schauen wir mal. Was es hier so gibt. Ah. Sehr gut ist auf jeden Fall, dass der Sektor klein ist. Und dass wir mit unserem Scanner hier sehr weit kommen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Äh. Wir werden gescannt. Okay. Der Scan ihres Schiffs ergab keinen Anlass für weitere Untersuchungen. Ja. Weiterhin einen guten Flug. Nichts anderes habe ich erwartet. Hier gibt es Stationen. So. Stationen mit, äh. Ja, die hier. Hightech-Waffen. Ja, stellen. Okay. Fliegen wir Richtung Westen. Richtung Westen. Dann müssten wir nach Erzgürtel kommen. So. Erzgürtel kennen wir ja. Hatten wir in X2 zwei Stationen stehen. Die uns nicht viel eingebracht haben, weil da ständig Karkschiffe reingesprungen sind. Mal sehen, wie es jetzt hier aussieht. Erreiche System. Erzgürtel. Ja, wie wir sehen, sehen wir Asteroiden. Und geben mal Gas. Da ist schon die erste Mine. Asteroiden, Asteroiden, Asteroiden. Na ja, hoffen wir mal, dass es hier nicht zu einer Kollision kommt. Sonnenkraftwerk, XL, Erzmine. Na ja, die hat eine Menge Erz. Energiezellen will die aber nicht haben. Dann fällt die schon mal raus als Ziel. Müssen ja die Energiezellen loswerden. So, was sagt unser Kurs? Der sagt, der ist in Ordnung. Ja, vielleicht mal hier eine andere Mine noch anzeigen oder so. Wäre mal eine Idee. Kommt wohl nichts. Ah, schon wieder. Der Scan ihres Schiffs ergab keinen Anlass für weitere Untersuchungen. Weiterhin einen guten Flug. Jo, danke. Da oben ist eine Mine. Die nimmt auch keine Energiezellen. Okay, drehen wir mal Richtung Norden. Jo, da oben in die Richtung. Und geben Gas. Mal sehen, ob da noch eine Station auftaucht. Mine. Joa. Also, wir müssen ja hier irgendwo einen Abnehmer finden. Oh, Pirat. Ansonsten sehen wir da nichts. Sehen wir denn da oben noch irgendwo eine Station? Ich sehe da jetzt auch so keine. Okay. Ja, dann. Noch mal ein bisschen in die Richtung fliegen. Es kann ja nicht schaden, hier den kompletten Sektor, den kompletten Sektor mehr oder weniger gescannt zu haben. Okay, alles in Ordnung. Sie können weiterfliegen. Ja, vielen Dank. Die sind ganz schön stressig. Ach genau, hier oben war ja die Piratenbasis. Da müssen wir mal schnell wieder abdrehen. Denn da haben wir gerade nichts den Piraten haben wir gerade nichts entgegenzusetzen. Auch wenn ich hoffe, dass die uns nicht angreifen würden. Man weiß ja nie. Na, wie es aussieht sind die auch nicht in uns interessiert. So, Moment. Ja, wir können ja mal pausieren, stehen bleiben. Lassen die da mal vorbeiziehen. Die Piraten, die jetzt die Station da angreifen, die Mine. Oder was auch immer. Wie immer sind die im Kampf. So, wir geben wieder Vollgas. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, dass hier noch ein paar Minen sind. Ist ja gerade gar nichts. Zwei Erzminen ist ja ein Witz. Fliegen wir mal Richtung Süden. Vielleicht kommt da ja noch was. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht immer. Ob das da schon war. Aber es sieht echt nicht so aus. Schauen wir mal einfach. Da oben ist noch ein Sonnenkraftwerk. Aber ansonsten war es das. Tja, das war's. Hier gibt es also nichts weiter. Ja gut, dann denke ich mal, müssen wir uns erstmal Argon-Handels-Station Na ja. Ich glaube, wir müssen uns mit damit zufrieden geben, erstmal auf der Station hier zwischen zu landen und zu speichern. Und dann schauen wir mal, dass wir hier oben Richtung Norden fliegen. Herbons Nebel vielleicht. Da Erz kaufen. Oder hier oben. Ah, Energie-Zirkulung. Okay, fliegen wir jetzt mal direkt hin. Westtor. So, da fliegen wir dann mal hin. Docken da an einer Siliziummine an, die hoffentlich eine Menge Silizium hat und eine Menge an Energiezellen kaufen möchte. Erreiche System Energie-Zirkulum. So, Siliziummine. Ja, die haben Silizium-Scheiben. Aber die haben auch Energiezellen. Die fliegen wir an. Siliziummine. M. B. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Vielleicht schauen wir aber doch nochmal, ob hier jemand anderes unsere Energiezellen haben möchte. Der beste Abnehmer ist der ja nicht. Doch, ist er wohl. Zumindest in dem Sektor hier. Okay, dann bloß nicht in den Asteroiden reinfliegen. Sondern dran vorbei. Na, KI, kriegst du es hin? Ah. No. Es fällt mir schwer, der KI da zu vertrauen. Aber offenbar klappt das. Ja, gut. Und verkaufen wir dann da mal unsere Energiezellen. Und kaufen bei der anderen Siliziummine die Silizium-Scheiben auf. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Am Moment, äh, das machen wir doch mal anders. 2.000... Na, wir kriegen das jetzt wieder zurück. 2.700 möchte ich gerne verkaufen. Energiezellen verkauft. Okay, gut. Dann machen wir jetzt an der Stelle eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.